Sie sind hier, 12. November 2018, 13.04 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten aus Mane Dembele's Verhalten außerhalb des Platzes sind auch ein Thema in der Mannschaft. Verteidiger Piqué macht dem früheren Dortmunder eine Ansage. Ausmahne Dembele steht beim FC Barcelona derzeit wegen seiner Einstellung in der Kritik, weil er in der vergangenen Woche unentschuldig beim Training gefehlt hatte, wurde er für das Ligaspiel gegen Betis Sevilla, 3 zu 4, aussortiert, nach der Partie meldete. Sich nun Verteidiger Girard Piqué zu Wort und machte seinem Mitspieler eine Ansage, Piqué über Dembele muss sich verbessern, wir müssen Dembele dabei helfen, zu verstehen, dass es 24 Stunden am Tag um Fußball geht, sagte er. Er muss den Fußball von der ersten bis zur letzten Minute leben, offenbar sind die Störgeräusche, um Dembele, seine Disziplinlosigkeiten in den vergangenen Wochen auch innerhalb der Mannschaft ein Thema, wir waren alle mal jung und haben Fehler gemacht. Dembele muss sich verbessern, so wie wir es auch geschafft haben, forderte Piqué Anzeige, jetzt das Trikot des FC Barcelona kaufen, hier geht es zum Shop. Piqué schreibt Dembele noch nicht ab, dass Trainer Ernesto Valverde den Ex-Dortmunder für eine Partie suspendierte, stieß bei dem Abwehrmann auf Verständnis. Vielleicht hilft ihm das, sagte er, die Hoffnung aufgegeben, dass Dembele wieder zurück zu alter Stärke findet, hat Piqué aber nicht. Es geht um einen Spieler mit viel Talent. Man muss ihm Zeit lassen, sagte er, jetzt die Sport1-App herunterladen. Lesen Sie auch. Real gewinnt nach Barça Blamage Dembele aus Barça Kader gestrichen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Live-Streams, Live-Streams, Live-Streams